Liebe Magententerinnen, Komeroden und Landzeit, wir stehen hier vor der Stätte, in der die Freiheitskämpfer der 60er Jahre nach ihrer Verhaftung auf schreckliche Art und Weise gefoltert wurden. Es ist nun 50 Jahre her, dass in dieser Kaserne gefoltert wurde und heute noch haben viele der Gefolterten unter gesundheitlichen Schäden zu leiden. So mancher ist auch unter den Qualen oder an den Spätfolgen gestorben. In einem Scheinprozess wurden die Beiniger freigesprochen und später geehrt und befördert. Um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass sich Italien nicht an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, speziell an den Artikel 5, der lautet, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedriger Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Bis vor 10 Jahren nicht gehalten hat, wird auch ein Brief eines Teilnehmers am G8-Gipfel von Genua verlesen. An dieser Stelle danke ich den Männern und Frauen, die sich vor 50 Jahren in Gefahr begeben haben, um unser Land aus den Klauen des Fremdstaates zu retten. Durch ihnen wurde Europa wieder auf Südtirol aufmerksam und Italien gezwungen zu reagieren. Das Erreichte ist für die Freiheitskämpfer sicher zu wenig, denn sie setzen ihr Leben und Gesundheit für die Selbstbestimmung, das Los von Rom ein. Unsere Aufgabe ist es nur mit friedlichen Mitteln, dieses Ziel zu erreichen und uns auf den schnellsten Wegen von diesem Staat zu verabschieden. Das erreichbare Ziel zurzeit ist der Freistaat Südtirol. Nun wird unser Bezirkskurat, Pater Christoph Waldner, einen Folterbrief von Seth Mitterhofer an den damaligen Landeshauptmann Silvius Maniago vorlesen. Anschließend Oberleutnant Andreas Bixner, jenen aus Genwans. Bozen am 8. des 9. 1961. Lieber Herr Dr. Maniago, Nachfolgend möchte ich Ihnen mitteilen, wie ich von den Karabiniere in Meran behandelt wurde. Wenn ich es nicht selbst mitgemacht hätte, hätte ich nie geglaubt, dass Menschen gegen Menschen so brutal vorgehen können. Am 15. Juli abends wurde ich von zwei Karabiniere in Zivil von zu Hause abgeholt. Man sagte, wegen Informationen. Das merkte ich sogleich, denn als ich vom Auto ausstieg, wurde ich gleich mit Fußtritten in die Kaserne gestoßen. Die erste Nacht war noch die beste. Ich musste im Gang des ersten Stockes bis in der Früh hab acht stehen. Wenn ich mich auch nur ein bisserl bewegte, wurde ich von einem Posten mit dem Gewehrkolben geschlagen. Arme, Füße und Rücken schmerzten so stark, dass es mir den kalten Schweiß hertrieb. In den Zimmern nebenan hörte ich dauernd Personen schreien und stöhnen vor Schmerz. Im Ganzen musste ich zwei Tage und drei Nächte stramm stehen, ohne etwas zu essen, trinken und zu schlafen. In dieser Zeit wurde ich ungefähr 15 Mal verhört und dabei misshandelt. Mit Fußtritten wurde ich an den Füßen und am Hintern bearbeitet und auf den Zehen herumgetreten. Man drohte mir, Geschlechtshaare auszureißen und Gewichte am Geschlechtsteil anzuhängen. Am meisten geschlagen wurde ich ins Gesicht, dass ich so verschwollen wurde, dass ich später nicht mehr den Mund aufbrachte zum Essen. Die Arme wurden mir am Rücken hochgerissen, dass ich laut aufschrie vor Schmerz. Einmal musste ich mich halbnackt ausziehen. Dann wurde ich so lange mit Fausthieben bearbeitet, bis ich bewusstlos zusammenbrach. Wie lange ich bewusstlos war, weiß ich nicht. Als ich wieder zu mir kam, war ich ganz nass, weil man mich mit Wasser überschüttete. Öfters musste ich stundenlang vor brennendem Scheinwerfer stehen und hineinschauen, bis mir der Schweiß herunterrann und die Augen furchtbar schmerzten. Man zog mich an den Ohren und riss mir die Haare büschelweise vom Kopf. Dann musste ich wieder einmal die Schuhe ausziehen und sollte barfuß auf einem glühenden Kocher stehen. Im letzten Augenblick riss man mich dann doch weg. Zweimal musste ich in circa eineinhalb Stunden ohne Schuhe auf den Zehen mit den Fersen in der Höhe an der Wand stramm stehen. Der Rücken musste glatt an der Mauer angehen. Kaum dass ich mich rührte oder mit den Zehenspitzen etwas herumrutschte, so schlug mich ein Karabiniere, der vor mir stand, mit dem Gewehrkolben auf die Zehen oder auf den Körper. Einmal musste ich so im Gang stehen und ein anderes Mal stellte man mir noch eine Lampe vor die Nase. Die Füße wurden mir ganz lahm bis zu den Knien. Beide Male wurde ich weggetragen. Es war in der dritten Nacht. Ich war am Ende meiner Kraft und völlig willenlos. Dazu hatte ich noch einen fürchterlichen Durst. Öfters bat ich, um Wasser zum Trinken. Meistens wurde es mir verweigert oder man ließ mir vor meiner Nase Wasser von einer Flasche ins Trinkglas rinnen. Und als ich gierig danach greifen wollte, riss man es wieder weg und verhöhnte und verspottete mich. Ein anderer Mann bat etliche Male, um seinen Notdorf zu verrichten, gehen zu dürfen. Als es ihm nach langer Zeit endlich bewilligt wurde, konnte er sich vor Durst nicht mehr halten, zog an der Wasserspülung und schöpfte mit den Händen Wasser aus der stinkenden Abortschüssel zum Trinken. Ein Carabiniere verwehrte ihm auch das noch und schlug ihm dabei mit dem Gewehrkolben. Die Notdorf verrichten durfte ich höchst selten, jedenfalls nie, wenn ich das Bedürfnis hatte. Erst nachdem ich hundertmal gebeten hatte und sie wussten, dass ich darunter gelitten habe, durfte ich auf den Apport gehen. Während der Misshandlungen wurden immer wieder Fenster und Jalousiden geschlossen, damit draußen niemand etwas sah und hörte, was herinnen vor sich ging. Während der Verhöre waren meistens acht bis zehn Personen anwesend, von denen ich nur zwei namentlich anführen kann, und zwar Potzer und Schör. Die Leitung von dem Trupp in Meran hatte Hauptmann Marzolla. Furchtbar waren auch die Drohungen, Flüche, die sie ausstießen. Wenn nur eine Kleinigkeit davon in Erfüllung ginge, dann müssten wir schon längst alle beim Luzifer sein. Ich habe zwar nur etwas davon verstanden, weil ich nur wenig Italienisch kann, aber ich sah es auch an ihren hasserfüllten Gesichtern. Unter solchen Umständen wurde ich gezwungen, Sachen zu unterschreiben, von denen ich vorher gar nichts wusste. Ich war körperlich und seelisch so fertig, dass ich alles tat, was sie wollte. Ich hatte nur mehr den einen Wunsch, endlich von den fürchterlichen Qualen und von der Bein loszukommen. Ich bin ein Bauer und verstehe nicht viel, aber dass so etwas in einem christlich-demokratischen Land geschehen darf und wir trotzdem noch Vertrauen haben sollen, das kann ich wirklich nicht begreifen. Aus dem Potsdner Gefängnis grüßt sie ergebenst Josef Mitterhofer. 2001 gingen Bilder um die Welt von Straßenschlachten beim G8-Gipfel in Italien. Zu sehen und zu hören war von Schlägen, Tritten und Reizgas. Aber für das, was die Verhafteten dann erwartete, gibt es nur ein Wort. Folter Der Gipfel der G8-Staaten in Genua im Jahr 2001 wird für immer mit einem Wort verbunden werden. Gewalt Gewalt auf den Straßen und Gewalt im Gefängnis in Polzanetto, wo 55 Verhaftete und 252 Festgenommene in einem verfassungsleeren Status festgehalten wurden. Das Urteil wird an Angeklagten persönliche Verantwortung und Strafen zumessen. Am 15. April 2011 wurde die Urteilsbegründung in zweiter Instanz am Appellationsgericht hinterlegt. Die Tatsachen aber, die während der Verhandlung rekonstruiert wurden, sind nicht mehr in Zweifel zu ziehen. Sie wurden gesichert, dokumentiert und bewiesen. Und sie zeigen, dass Italiens Demokratie drei Tage lang jene feine, aber unzerstörbare Grenzlinie überschritten hat, die Menschenwürde und Menschenrechte schützt. Die Staatsanwälte Patricia Petruziello und Vittorio Ranieri-Mignati schreiben in ihrer Anklageschrift, dass nur Vorsicht sie abhalte, vom Folter zu sprechen. Man sei sicher, der Folter sehr nahe gekommen. Aber die Anklage war hier machtlos. Sie musste in Strafbestände und Strafen übersetzen, was sie von den Aussagen der 326 Zeugen im Gerichtssaal dokumentiert hat. In Italien gibt es die Folter nicht als Straftat. Das Parlament fand nie die Zeit und sah sich 20 Jahre auch nicht in der Pflicht dazu, das Strafgesetzbuch an international gültiges Menschenrecht anzupassen, an die UN-Konvention gegen Folter, die Italien 1988 ratifiziert hat. Nur die Regierung Brody hat im Dezember 2006 in der Kammer ein Gesetz durchgebracht, das die Folter als Strafbestand einführt. Aber das Gesetzesdekret kam leider nie zur definitiven Abstimmung in den Senat. Die nicht verjährten Strafen wurden nebenbei durch den Strafverlass getillt, da die italienische Strafordnung Folter als spezifische Straftat nicht anerkennt. Strafbestand, der in vielen anderen europäischen Strafprozessordnungen gilt und den Richtern die Möglichkeit gegeben hätte, viel härtere Strafen zu verhängen und nicht zuziehen zu müssen, wie ihre Urteile durch einen Strafverlass durch die Politik aufgehoben wird. In der Urteilshinterlegung lesen wir, dass der hohe Polizeibeamte Ferrucini das absolute Bewusstsein bezüglich der Ungesetzlichkeit der Führung der untergebenen Beamten, welche auch in der intellektuellen Wahrnehmung des öffentlichen Beamten als Fremdkörper im juridischen System der westlich zivilisierten Staaten gilt, welche sich dadurch auszeichnet, dass dem Verhafteten die absolute physische und moralische Integrität zugestanden werden muss und dass das Freiheitsrecht ohne gegenteiligen Richterspruch garantiert werden muss. Die Richter schreiben weiter, sich gruppenmäßig dem Nationalsozialismus und Faschismus, dem Vernichtungsprogramm gegen die Juden, der Unterdrückung des Individuums und seiner Entwürdigung gerade im Moment, wenn die angezeigten Straftaten begangen wurden oder im zeitlichen Moment vor oder nach der kriminellen Tat, drückt die höchste Schande aus, welches sich ein öffentlicher Beamter beflecken kann. Die Richter schreiben weiter, diese Apologie auf die niederen Werte der rassistischen totalitären Regimes ist nicht nur ein antiethisches Verhalten gegenüber den Grundprinzipien und Werte der Verfassung, welche gerade deswegen so niedergeschrieben wurde, um als juridisches Bollwerk gegen die Prinzipien und die niederträchtigen Werte dieser verabscheuungswürdigen Diktaturen zu wirken, sondern auch der unmoralische Verfall, mit welchem sich ein öffentlicher Beamter der Exekutive der italienischen Republik, der auf die Verfassung geschworen hat, beflecken kann. Fakt ist das. Auch hier ein Prozess zehn Jahre dauerte, bis in der zweiten Instanz lächerliche Strafen verhängt wurden, die verjährt waren bzw. durch Strafnachlass annulliert wurden. Dass viele schuldig gesprochene Beamte der oberen Befehlskette während des laufenden Verfahrens nicht nur vom Dienst umspendiert wurden, sondern sogar befördert wurden. Die renommierte britische und balasconik-kritische Zeitung The Guardian urteilt das Geno und sagt, dass, wenn der Staat sich bedroht fühlt, die Regeln der Gesetze außer Kraft gesetzt werden können. Überall. In Südtirol vor 50 Jahren, in Ligurien vor 10 Jahren. Der Staat ist derselbe. Dies sollten wir Tiroler nie vergessen.